hast du es aufgenommen? nehmt es auf? ja ok also ich dachte mir ich mache auch mal so eine challenge ich denke mir mal eine aus ich hoffe sie gefällt euch entweder macht ihr das, ihr habt 24 Stunden Zeit oder spenden es geht darum 50 mal dribbeln in 30 Sekunden hochhalten und wenn ich verkannte, sorry durch geht los? jo das war's wie lange habe ich wort? 21 Sekunden ach ja und die Zeit müsst ihr aufnehmen so by the way damit man das sehen kann viel Spaß